ChatGPT hat eine neue Fähigkeit erhalten. Und zwar kann ChatGPT jetzt sehen. Man kann jetzt ganz einfach Bilder in ChatGPT einfügen und der Inhalt des Bildes wird erkannt. In diesem Video zeige ich dir zahlreiche Anwendungsfälle für die verschiedensten Bereiche und wie ChatGPT auch komplizierte Zusammenhänge erkennen kann. Zum Beispiel kann ChatGPT Bilder interpretieren und mir sagen, was an diesem Bild hier komisch ist. ChatGPT kann meine YouTube-Thumbnails analysieren und mir Verbesserungsvorschläge geben. ChatGPT kann mir anhand eines Fotos, das ich einfüge, ein komplettes Rezept für dieses Gericht geben. ChatGPT kann komplizierte Bilanzen wie diese hier erkennen und mir sagen, ob dieser Haushalt gesunde Bilanzen hat. ChatGPT kann mir Tipps geben, wie ich ein Zimmer in meinem Haus besser einrichten kann. ChatGPT kann Kreuzworträtsel lösen und am Ende schauen wir uns das meiner Meinung nach beeindruckendste Beispiel an. ChatGPT kann aus dieser einfachen Skizze, die ich angefertigt habe, eine komplette Website erstellen. Diese Anwendungsbereiche und viele mehr werden wir uns in diesem Video anschauen und ich kann schon mal eins verwerten, du wirst auf jeden Fall beeindruckt sein. Zuerst werde ich euch zeigen, wie man überhaupt bei ChatGPT Bilder einfügen kann. Dazu muss man auf GPT4 gehen und man muss die Default-Funktion wählen. Dann erscheint hier links unten so ein kleines Icon mit Bilder anhängen. Und wenn man da drauf drückt, kann man ganz einfach Bilder einfügen. Wir starten direkt mit dem ersten Bild und zwar ist das ein KI-generiertes Bild von einem Roboter. Ich habe es jetzt hier eingefügt und ich habe erstmal gefragt, was auf dem Bild zu sehen ist. Und schon hier liefert ChatGPT eine wirklich gute Antwort. Der Roboter wird auf jeden Fall erkannt, auch dass dieser ein quaderförmiges Gesicht hat, mit großen runden Augen. Der Roboter scheint alt und abgenutzt zu sein, das kann man denke ich so sagen. Er hat mehrere Antennen und Kabel, die aus seinem Körper herausragen. Sehen wir hier unten und hier oben auch, also wirklich sehr gut erkannt. Und auch der Raum, in dem der Roboter steht, wird beschrieben. Also soweit alles sehr gut auf diesem Bild erkannt. Wenn ich mir den Roboter anschaue, denke ich, der ist ein bisschen verwirrt oder sowas in der Art. Wir fragen mal, wie ChatGPT den Roboter wahrnimmt. Und tatsächlich liefert ChatGPT hier auch eine klare Antwort. Und laut ChatGPT hat dieser Roboter einen überraschten und neugierigen Ausdruck. Der Roboter ist verwundert, nachdenklich und vielleicht sogar traurig. Man könnte das alles auf jeden Fall rein interpretieren. Also das hat ChatGPT wirklich gut erkannt. Als zweites füge ich ein reales Bild ein. Das habe ich selber gemacht. Von einer Kuh auf einer Weide in einer bergigen Landschaft. Und mal schauen, was ChatGPT zu diesem Bild sagt. Laut ChatGPT ist auf diesem Bild eine Kuh zu sehen. Das stimmt. Auf einer Wiese in einer rügeligen Landschaft. Auch das stimmt alles. Der Himmel ist klar mit einigen Wolken. Auch das stimmt soweit. Die Kuh schaut direkt in die Kamera. Auch gut erkannt. Und es gibt einen Zaun oder eine Art Begrenzung im Vordergrund des Bildes. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, dass ChatGPT das erkennt. Weil man sieht hier nur so einen kleinen weißen Streifen. Das ist natürlich ein Zaun, ja. Aber dass ChatGPT das Ganze erkennt, nur anhand dieses kleinen weißen Streifens, ist schon mal wirklich sehr erstaunlich. Als nächstes habe ich noch ein Bild, das ich selber aufgenommen habe, hier eingefügt bei ChatGPT. Und das ist auf einem Berg im Winter, wo man hier ein Zeichen sieht, dass Fahrräder hier nicht fahren dürfen. Und ich habe jetzt mal direkt gefragt, was komisch an diesem Bild sein könnte. Und ich will natürlich darauf hinaus, dass man zu dem Zeitpunkt zumindest, wo dieses Bild aufgenommen wurde, hier überhaupt nicht Fahrrad fahren könnte. Und mal schauen, ob ChatGPT das sogar so interpretieren kann und das erkennt. Und tatsächlich erkennt ChatGPT das. Erstmal wird eine richtige Beschreibung zu dem Bild geliefert, wie wir das schon bei den vorigen Bildern gesehen haben. Und dann schreibt ChatGPT, was als komisch oder unerwartet betrachtet werden könnte, ist das Verbotsschild für Fahrräder inmitten einer schneebedeckten Berglandschaft. Normalerweise würde man in solch einer Umgebung nicht unbedingt mit dem Radfahren rechnen, vor allem nicht bei so viel Schnee. Das Schild könnte daher als fehl am Platz oder unpassend für die gegebene Szenerie erscheinen. Also ChatGPT hat genau das erkannt, worauf ich hinaus wollte. Ich meine, dass eine KI wirklich das Bild beschreiben kann, ist eine Sache. Aber dass es Zusammenhänge erkennen kann und erkennen, dass dieses Schild hier fehl am Platz sein könnte, weil Fahrräder nicht auf Schnee fahren können, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und dass sowas mit KI jetzt schon möglich ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Als nächstes habe ich dieses Bild hier eingefügt und das ist ein Thumbnail für eins der Videos, die als nächstes hier auf diesem Kanal erscheinen werden. Entweder diese oder nächste Woche, da muss ich noch schauen. Und das soll natürlich ich in einem Agentenkostüm sein und hier ein Ordner mit Top Secret und ChatGPT. Und jetzt lasse ich das Ganze erstmal von ChatGPT beschreiben und danach frage ich, ob das passend für ein YouTube Thumbnail ist, ob man da noch Verbesserungen vornehmen kann und so weiter. Kommen wir erstmal wieder zur Beschreibung. ChatGPT hat dieses Bild wieder komplett richtig beschrieben. Wobei es nicht erkannt hat, dass das das ChatGPT-Logo ist. Es wurde nur als grünes Symbol gesehen, das ineinandergreifende Ringe oder ein komplexes Knotenmuster hat. Jetzt werde ich nochmal klarstellen, dass das Ganze für ein YouTube Thumbnail für meinen YouTube Kanal ist und ich werde nach Verbesserungsvorschlägen fragen. Und hier bin ich auch wieder sehr beeindruckt vom Ergebnis. Erst sagt ChatGPT, dass das Thumbnail die Aufmerksamkeit der potenziellen Zuschauer auf sich zieht und das ist ja genau das, was ein Thumbnail auf YouTube erreichen soll. Wir kriegen aber auch Verbesserungsvorschläge und zwar sollen wir sicherstellen, dass jedes Element auf diesem Thumbnail auch mit dem Inhalt des Videos zu tun hat. Die Kontraste auf diesem Bild sollen passend sein und wie ich finde, ist das schon der Fall. Wir werden darauf hingewiesen, dass die Schriftart des Top Secret Labels ein bisschen zu klein ist und dass man es deutlicher machen kann. Das ist tatsächlich ein guter Tipp und den werde ich vielleicht noch anwenden, bevor ich das Video hochlade. Alles in allem ist es aber laut ChatGPT ein auffälliges Thumbnail, das sicherlich Interesse weckt. Natürlich muss der Inhalt im Video, was darüber folgt, auch stimmen, damit das Video im Endeffekt gut ankommt. Aber ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um ChatGPT Vision zu nutzen. In der Zukunft werde ich wahrscheinlich meine Thumbnails hier reinladen und das Ganze bewerten lassen und dann anhand der Kritik eventuell noch Verbesserungsvorschläge vornehmen. Also auch hier kann ChatGPT sehr hilfreich sein. Machen wir das Ganze jetzt ein bisschen komplizierter. Wir haben jetzt hier eine Grafik mit Säulendiagrammen, mit verschiedenen Prozentzahlen und so weiter. Für jede der Säulen gibt es noch Benennungen und ich gebe es zu, ich weiß selber nicht, worum genau es in diesem Diagramm geht. Ich habe das jetzt einfach nur mal rausgesucht, um es als Beispiel zu verwenden. Aber das ist kein Problem, denn wir lassen uns jetzt von ChatGPT erklären, was dieses Diagramm zeigt. Das heißt, wir fügen jetzt einfach das Bild ein und fragen, was zu sehen ist und was das Diagramm aussagt. Und ich bin schon wieder echt beeindruckt, was ChatGPT aus diesem Diagramm rausgezogen hat. Erstmal wird von ChatGPT genau beschrieben, was das Diagramm zeigt. Und zwar die durchschnittlichen Prozentsätze von Lebensmitteln, die geeignete Folatwerte enthalten, basierend auf verschiedenen Lebensmittelgruppen. Nach ChatGPT gibt es zwei Hauptkategorien und zwar einmal Average of Folate Source Foods und Average of High Folate Foods. Und das sind genau diese beiden Aspekte, die hier im Diagramm sind. Auch das hat ChatGPT gut erkannt. Dann kommt ChatGPT noch zu den wichtigsten Erkenntnissen aus diesem Diagramm. Es erkennt die Kategorie mit dem höchsten Vorladgehalt, mit dem niedrigsten Vorladgehalt und auch die Unterschiede zwischen den Kategorien. Und auch weitere wichtige Informationen werden hier ausgegeben. Wenn wir nochmal hier zurückschauen zu den wichtigsten Erkenntnissen. Hier werden sogar die genauen Prozentzahlen wiedergegeben, die im Diagramm enthalten sind. Hier zum Beispiel diese 78,54% wurde perfekt übernommen. Und das Ganze heißt, ChatGPT kann auch Diagramme perfekt analysieren und erkennen, was da vor sich geht. Und für viele Bereiche könnte das wirklich sehr, sehr viel verändern. Weil man könnte zum Beispiel jetzt einfach noch auf bestimmte Aspekte genau eingehen. Man könnte nochmal nach den genauen Prozentzahlen von den verschiedenen Kategorien fragen. Und dann zum Beispiel fragen, ob es Korrelationen oder kausale Zusammenhänge oder was auch immer gibt. Das heißt, um so ein Diagramm zu analysieren oder Zusammenhänge zu erkennen, braucht man heutzutage nur noch wenige Minuten. Wo wir gerade schon bei Essen sind, habe ich jetzt ein zufälliges Bild aus dem Internet herausgesucht. Das zugegebenermaßen zusätzlich noch sehr unscharf ist. Also man erkennt hier nicht genau, was zu sehen ist, meiner Meinung nach. Und das werden wir jetzt in ChatGPT einfügen. Ich werde fragen, was zu sehen ist. Und ich werde nach einem Rezept fragen für genau diesen Teller. Und mal schauen, wie ChatGPT sich damit schlägt. Und ich bin wieder wirklich sehr beeindruckt, was hier möglich ist. Erstmal hat ChatGPT die ganzen Zutaten erkannt, die auf dem Bild sind. Obwohl, wie wir gesehen haben, das Bild ziemlich unscharf ist. Und jetzt spuckt es uns noch die ganzen Zutaten aus, die man braucht, um dieses Gericht zu kochen. Jeweils für die einzelnen Bestandteile dieses Essens. Zuerst die ganzen Zutaten und dann, wie man das Ganze zubereitet. Wie wir sehen, gelber Reis ist schon fertig. Jetzt geht es noch zu den anderen Bereichen hier weiter von diesem Gericht. Wieder ein sehr beeindruckendes Ergebnis. Das nächste Beispiel. Ich werde jetzt diese Skizze hier einfügen, die sehr durcheinander ist, würde ich sagen. Also hier erkennt man auf den ersten Blick nicht viel, nur wenn man genauer hinschaut. Und ich werde einfach mal fragen, was ChatGPT hier erkennt. Und auch hier kann ChatGPT die einzelnen Bestandteile analysieren. Es erkennt die einzelnen Elemente. Einmal das Labyrinth-Design, architektonische Strukturen, Verkehr und Transport, Naturelemente und fantastische Elemente. Zu jedem Punkt werden verschiedene Beispiele genannt, die auf dem Bild zu sehen sind. Und ChatGPT deutet sogar, was dieses Bild am Ende aussagen könnte. Und zwar die Komplexität des menschlichen Lebens oder unsere Interaktion mit der Umwelt. Kontrast zwischen Realität und Fantasie und so weiter. Also auch hier liefert ChatGPT ein wirklich gutes Ergebnis ab. Wir machen es aber jetzt nochmal komplizierter. Und zwar fügen wir diese Bilanz jetzt hier ein. Wie man sieht, es ist in einer sehr alten Schrift geschrieben, die ich jetzt tatsächlich auch nur lesen könnte, wenn ich ganz nah ran zoome. Und hier sind wieder die verschiedensten Beträge aufgelistet. Also einfach eine alte Bilanz in einer alten Schrift. Und ich bin gespannt, ob ChatGPT das hier erkennt. ChatGPT erkennt, dass es sich hier um eine handgeschriebene Seite aus einem Buch oder einem Register handelt. Und er erkennt auch die großen Wörter, die hier drauf geschrieben sind. Einmal hier Tafelglas und dann die Numeralnummern und die Gutschriften. Aber diese in den Zeilen geschriebene Worte und die Zahlen gibt ChatGPT jetzt uns nicht direkt hier aus. Also das ist zurzeit nicht möglich. Laut ChatGPT ist das Ganze ein Eintrag aus einem Inventar oder Bestellbuch für Glasprodukte oder Artikel aus dem 19. Jahrhundert. Ich meine, allein, dass es zu diesem Ergebnis kommt, ist schon mal wirklich sehr erstaunlich. Aber, wie gesagt, es erkennt noch nicht die einzelnen Bestandteile hier auf dem Bild und auch nicht die Zahlen. Machen wir das Ganze jetzt ein bisschen einfacher für ChatGPT, indem wir diese Bilanz einfügen. Hier ist alles in klarer Schrift geschrieben, aber trotzdem nicht richtig übersichtlich, wie ich finde. Sehr viele Zahlen auf dem Bild mit den einzelnen Bestandteilen. Und jetzt wollen wir mal Tacheles von ChatGPT haben. Das heißt, wir wollen wissen, um was er jetzt genau in diesen Zahlen geht. Und hier erkennt ChatGPT erstmal, dass er sich um einen Domestic Balance Sheet handelt. Und zwar um eine häusliche Bilanz. Das soll eben die finanzielle Situation einer Person oder eines Haushalts in diesem Jahreszeitraum zeigen. Es werden Vermögenswerte und Schulden aufgelistet. Jetzt wollen wir aber mal wissen, dass ChatGPT mit den Zahlen genau umgeht. Und wir wollen fragen, ob dieser Haushalt oder diese Person profitabel ist und ob es sich um eine gesunde Bilanz handelt. Also zum Beispiel, dass es nicht zu viele kurzfristige Schulden gibt, die schlecht sein könnten. Und ich bin auch hier wieder wirklich sehr, sehr beeindruckt. Wir wollten ja schauen, ob dieser Haushalt oder diese Person profitabel ist. Und erstmal stellt ChatGPT natürlich die Kriterien fest. Und zwar vergleicht es die Veränderung der Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten. Die Nettovermögenswerte sind gleich geblieben. Das hat ChatGPT erkannt. Die fixen Vermögenswerte sind etwas gestiegen. Die Investitionen haben ein bisschen abgenommen. Die kurzfristigen Vermögenswerte, also die flüssigen Mittel, haben zugenommen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind etwas gestiegen. Die langfristigen Verbindlichkeiten sind ungefähr gleich geblieben. Also ChatGPT analysiert genau die Daten, um unsere Frage zu beantworten, also ob diese Person oder dieser Haushalt profitabel ist und in Anführungszeichen gesunde Bilanzen hat. Im Fazit legt ChatGPT fest, dass die Bilanz als gesund betrachtet werden kann und begründet das Ganze mit dem stabilen Nettovermögenswert und der guten Liquidität. Es erkennt aber auch potenzielle Risiken mit dem Rückgang der Investitionswerte und der Zunahme der kurzfristigen Schulden. Und wie gesagt, wir haben nur dieses Bild hier eingefügt und eine kurze Frage gestellt. Und ChatGPT kann das einfach erkennen und analysieren und kann uns sogar sagen, ob diese Finanzen hier gesund sind oder nicht. Und das ist wirklich einfach unglaublich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nächstes Beispiel. Mathematik. Wir haben hier eine Matheaufgabe. Und zwar ist das ein Integral, das wir ausrechnen wollen. Und das fügen wir auch einfach wieder als Bild in ChatGPT ein. Das habe ich mit Absicht von meinem Bildschirm abfotografiert mit meinem Handy, damit das Bild hier ein bisschen unscharfer ist. Und jetzt bin ich gespannt, ob ChatGPT das hier erkennt und ob es die Aufgabe lösen kann. Und hier haben wir es jetzt geschafft, dass ChatGPT nicht direkt ein richtiges Ergebnis liefert. Und zwar hat ChatGPT ausgegeben, dass das Integral von 0 bis 1 geht. Wenn wir nochmal aufs Bild schauen, das Integral geht von 0 bis Pi. Aber ansonsten wurde die Aufgabe wieder ohne Probleme gelöst. Wir schreiben jetzt einfach nochmal kurz den Fehler von ChatGPT rein. Und dann sollte das Ganze auch richtig gelöst werden. Nach unserem Hinweis jedoch ist es wieder kein Problem. ChatGPT löst die Matheaufgabe. Gehen wir direkt zum nächsten Beispiel. Wir haben jetzt diese dunkle Ecke eines Zimmers, das ein bisschen altmodisch eingerichtet ist. Und wir fragen einfach mal ChatGPT, ob man das Ganze nicht moderner hinbekommen könnte. Und wenn ja, wie man das Ganze macht. Und natürlich kann ChatGPT auch hier ausführlich weiterhelfen. Wir sollen einmal das Farbschema ändern, moderne Möbel einsetzen, die Beleuchtung verbessern, dekorative Elemente einsetzen, den Boden verändern, Technologie einbauen, die Fenster anders gestalten, Pflanzen einfügen, einen offenen Raum daraus machen und Akzentwände einsetzen. Und natürlich gibt ChatGPT uns zu jedem diesen Punkt noch Beispiele, wie man das Ganze umsetzen kann. Also auch hier eine sehr gute Anwendungsmöglichkeit. Und jetzt lassen wir ChatGPT mal dieses Kreuzworträtsel lösen und mal schauen, ob ChatGPT das hinbekommt. Und auch hier wieder kein Problem für ChatGPT. Eine Lücke nach der anderen wird hier gefüllt. Als nächstes fügen wir dieses Diagramm hier ein. Das zeigt irgendeinen biologischen Ablauf. Ich glaube die Energiegewinnung durch ATP oder so etwas. Und natürlich fragen wir erstmal ChatGPT, was auf dem Bild zu sehen ist. Und dann nehmen wir einfach mal an, wir sind Biologielehrer und wollen eine Unterrichtsstunde Biologie für unsere Schüler machen. Und in dieser Stunde soll dieses Thema besprochen werden. Und dann lassen wir uns ganz einfach eine Unterrichtsstunde nur anhand dieser Grafik strukturieren. Mal schauen, wie das funktioniert. So, die Beschreibung ist schon mal da. Und auch hier wurde wieder alles von ChatGPT erkannt. Und jetzt kommt die Königsdisziplin. Wir wollen eine Unterrichtsstunde geplant haben, die dieses Thema hier abdeckt. Warten wir kurz, gleich sehen wir das Ergebnis. Und hier überzeugt ChatGPT auch wieder, gibt erstmal die Zielsetzung vor für die Unterrichtsstunde, eine Einführung mit der Zeitangabe und dann noch weitere Teile der Unterrichtsstunde mit wirklich kreativen Teilen. Also hier zum Beispiel ein Rollenspiel, Fotosynthese-Reise, was auch immer das genau bedeutet. Und wenn man heutzutage jetzt Lehrer ist in Zeiten von ChatGPT, kann man eine Unterrichtsstunde wirklich schnell vorbereiten. Zwei weitere Anwendungsbeispiele schauen wir uns noch an. Und zwar zuerst, wie ChatGPT sowas wie Charts erkennen kann. Hier sehen wir den Chart von Bitcoin von Anfang bis jetzt, bis zum 15. Oktober. Und wir fragen einfach mal, was ChatGPT aus diesem Diagramm hier rauslesen kann. Und auch hier erkennt ChatGPT alles Wichtige, unter anderem auch die ganzen Zahlen. Und ChatGPT erkennt auch, wo der Höchstpreis ungefähr lag. Und zwar hier knapp unter 60.000 Euro. Und ChatGPT erkennt auch, dass es um 2018 rum einen Anstieg gab mit einem abschließenden Abfall. Und auch die Zeiträume werden erkannt, indem man sich das Ganze anzeigen lassen kann. Auch hier hat ChatGPT wieder einen guten Job gemacht und alle Informationen, die auf dem Bild zu sehen waren, gut und strukturiert ausgegeben. Kommen wir jetzt zum letzten Beispiel und das ist meiner Meinung nach auch das mit Abstand beeindruckendste. Künstlerisch begabt, wie ich bin, habe ich hier diese Skizze angefertigt. Und zwar habe ich einfach auf ein Blatt Papier geschrieben, abonniere KI-Revolution auf YouTube und dann einen Abo-Button eingefügt. Und jetzt werden wir nur aus dieser Skizze, ja wirklich nur aus dieser Skizze, eine ganze Website machen, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Wir werden das Ganze von ChatGPT erledigen lassen. Und das auch nur anhand dieses Bildes hier. Das Bild hat wirklich keine gute Qualität, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass ChatGPT erkennt, was hier zu sehen ist. Dann werden wir nach Code fragen, der diese paar Wörter hier zu einer Webseite machen kann. Und ich kann es wirklich nicht glauben. Ich habe nur dieses Bild eingefügt und jetzt kreiert uns ChatGPT gerade den Code für die Website. Wir werden uns natürlich gleich noch anschauen, wie die Webseite aussieht. Jetzt ist der Code hier fertig generiert und ich kann ihn mit einem Klick einfach hier kopieren und ich öffne ihn jetzt einfach als Webseite und gleich schauen wir uns das Ergebnis zusammen an. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wirklich erstaunliches Ergebnis. Das würde jetzt nur anhand dieser komischen Skizze mit schlechter Auflösung und schlechter Belichtung zu dieser Webseite hier. Natürlich kann man das jetzt nicht als Webseite veröffentlichen, aber hier ist alles drauf integriert, was ich auch in der Webseite haben wollte, laut meiner Skizze. Wir haben hier den Text und den Abo-Button, wo noch genau in den YouTube-Farben abonnieren steht. Und wenn ich hier auf den Abo-Button drauf drücke, kommt man sogar direkt zur YouTube-Seite, wie man hier sieht. Es ist wirklich Wahnsinn, dass man nur anhand so einer komischen einfachen Skizze mit ein paar Wörtern schon eine ganze Webseite kreieren kann. Das, was wir jetzt gerade erhalten von ChatGPT, ist das Schlechteste, was es jemals geben wird. Es wird in der Zukunft nur besser und wenn wir uns allein die Entwicklungen aus dem letzten halben Jahr anschauen, da will ich gar nicht wissen, was in der Zukunft noch alles auf uns zukommt. So, jetzt habe ich euch einige Beispiele gezeigt, wie man diese ChatGPT-Vision-Funktion anwenden kann und es sind wirklich beeindruckende Beispiele dabei, wie ich finde. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls du mehr KI-News und mehr Videos zu ChatGPT sehen willst, lass unbedingt ein Abo da. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.